So, liebe Freunde, ihr wollt nicht wirklich wissen, wie es jetzt hier oben riecht. Es ist schön, wenn ihr hier unten bleibt. Da wir vorhin schon im SC waren, ja und jeder, der schon damals im SC war, für den stellen sich an den Raum zwei Fragen. Erstens, wie zum Geier komme ich nach Hause und zweitens, was zum Hacker mache ich mit diesem angewissenen Abend. Wir haben uns dieses Problem angenommen, wir haben nachgedacht oder besser, wir haben uns erinnert und wir haben für dieses Problem die ultimative Lösung. Wir kommen schon im SC war im SC, im SC, im SC, im SC, im SC, im SC. Einmal, ich bin, ich will mir in SC tanzen. Wir kommen schon im SC, im SC, im SC, im SC. Das war's für heute. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute Abend wieder eingeschaltet habt. Es ist Tudi Frode Zeit und hier auf meiner Showbühne begrüße ich meinen ersten Kandidaten. Hier ist Daniel. Hallo Daniel. Schön, dass du heute bei mir in der Show bist. Erste Frage, wie findest du unsere bezaubernden Früchte? Lecker. Lecker ist gar kein Ausdruck. Ich darf dir vorstellen. Auf der linken Seite unser bezaubernder kleiner Flaschenkürbis Munnig. Und auf der rechten Seite unsere zuckersüße Wassermelone Gabriel. So, danke. Ich erkläre dir jetzt kurz die Spiellegel. Du konntest am Anfang 10.000 Punkte. Darfst du dann eins unserer Früchte heraussuchen? Kannst dann eventuell deine Punkte verdoppeln? Kriegst einen Länderpunkt und hast dann irgendwie gewonnen. Alles klar? Ja, das wundert mich. Hat sonst nie jemanden verstanden. Aber jetzt kannst du als erstes deinen Einsatz wählen. Welche unserer Früchte möchtest du denn gerne? Ich wähle den Kürbis. Heute der Kürbis. Dann ist es jetzt dein Auftritt. Jetzt. Letztens. Das ist der Kurm. Das ist heute wirklich von Jutsch. Ach so. Was zieht der nicht? Also, äh, schauen wir mal, äh, Daniel du hast... leider, leider verloren. Tja, du weißt, was das heißt. Ja? Du kannst jetzt hier mit Körbereinsatz deine Punkte wieder zurückholen. Machst du das? Ja, fertig. Dann ist es jetzt deine Bühne, Daniel. Hier ist Daniel für euch. Der Kloch ist aber richtig schön gefüllt. Was sehe ich denn da? Jede Menge freche Früchtchen. Wir haben ein paar Äpfel. Ich sehe da noch ein paar Melonen. Ein paar Rorsche sind auch noch da. Nicht übel. Was ist da hinten bei den Jungs? Aber wisst ihr was, Leute? Wie kriegen das hin? Schiegt euch erstmal ein bisschen aus den Klamotten. Macht euch locker in der Rücken. Oder für die Sachen machen wir einen schönen Ausdruck. Wisst ihr, wie ihr mich nett? Nennt mich einfach den Fruity Man. Wenn ich einfach den Fruity Man. Wenn ich einfach den Fruity Man. Mein Name ist Forrest. Forrest Gump. Möchten Sie es in der Klamotten? Ja, Forrest! Ich werde mir das wahrscheinlich noch glauben, weil es keine Haufen so schnell wie der Wind. Oh Gott, wer ist das? Ich hoffe den Fruitsplanern. ... und jetzt... ... der 7. Rund... ... ist drüber ein... ... von Robin von Dittrich. Ja, ha ha, richtig! Ich bin's, der Kaiser! Fußball-Golz! Zufalliger Wettmeister, nicht gestolzt! Und herzlich willkommen! Heute begrüßen wir einen Mann, der uns die letzten Jahre viel Freude bereitet hat, der zum Eingetragen hat, dass man den nationalen Fahrzeug mit Stahl zu tragen hat. Hier rief der Strandgreifer von Kampo, und immer hier, der Taktikfuß von Martin Kallar, hier rief Jachim Löhn. Ja, Servus! Ja, die... Ja, das ist mein Trug da raus! Ja, ja! Grüß mich! Grüß mich! Grüß mich, Jürgen! Ja, ja, ja! Ein Dollar-Pokal! Dollar-Pokal! Ein Dollar-Pokal! Dollar-Vierter-Stern! He, 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 he! Na, zwei, drei! Hab ja praktisch ich immer Eingang für Deutschland geholt! Äh... Jogi, Jogi! Wie ist der Dachanteil am Dieten? Brunsch! Fransch! Bei uns ist die Mannschaft der Stahl! Ach so? Ja là! Ja ich! W��носig zehn Jahre spielen wir auf höchstem niveau! Mit höchster Konzentration, Disziplin und Eichernem Willen! War es möglich! Wir waren gleich verdankt! Ja, äh, es wird ja richtig Zeit, seit ich damals, 2006, praktisch wieder Vereinbarung, die WM nach Deutschland geholt habe. Ja, seitdem sind wir noch wieder erster Barlierer, immer noch zweiter, dritter Brezi. Mein Gott, ja, kein Wunder, es hat ja keine Lichtgesteile auf dem Platz. Man muss sich wundern, dass es noch abgekloppt hat. Lichtgesteile, Lichtgesteile. Bei uns gibt es klare Hierarchie, du weißt, der Philipp, der ist doch auch so klein. Ja, ich schweb immer euch. Ich, ich bin unter dir jetzt von einem großartigen Orchester, bei uns spielt jeder die erste Geige. Ja, erste Geige, erste Geige, Arschgeige, ein kleiner Platz, ein kleiner Platz, ein kleiner Platz, ein kleiner Platz. Ich kann auch noch kurz ein bisschen spielen. Ich bin unter dir gespielt, ich bin unter dir gespielt. Du bist doch mittlerweile dran. Ja, das ist ja auch so. Hey! Hey! Ah! Die Schilder! Hey! 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 Hm! Hey! Wow! 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 Did I like it? Oh! So... Oh! Oy! Yeah! Das war's. Das war's.